Stuggi TV, Deine Stadt, Dein Sender Vor fünf Jahren erschien das erste Video auf Stuggi TV. ... und wollten mal die ganzen Stuttgarter fragen, ob sie ihre Vorsätze für dieses Jahr eingehalten haben oder schon gebrochen. Ja, dass ich halt keine Frauen mehr hinterher bin. Ja, wegen meiner Beziehung einfach vor zwei Jahren. Ja, ich habe mir vorgenommen, dass ich weniger Drogen nehme. Heute ist Stuttgarts Online-Sender nicht mehr aus der Stadt wegzudenken. Stuggi TV erreicht jeden Monat über 67.000 Zuschauer und ist nicht nur auf der Online-Seite, sondern auch auf YouTube, Facebook, Instagram, Google Plus und Twitter abzurufen. Hättestens, wenn hier die Bahnen durchsausen, ist das wohl kein... Wir sind aus meiner Familie. Das hat heute Frau Petrine Hanneswolf auf der Pressekonferenz. Als Kooperationspartner produziert Stuggi TV seit 2014 auch Videos für das Online-Angebot der Stuttgarter Nachrichten und seit 2016 auch für die Stuttgarter Zeitung. Und auch aus dem Pressehaus Möhringen erreichen uns Glückwünsche. Mir gefällt der Schwung, mit dem Stuggi TV seine Themen präsentiert, ohne journalistische Maßstäbe außer Acht zu lassen, zu vernachlässigen. Als ein Chefredakteur stelle ich fest, dass wir, wenn wir mal auf das Verhältnis Aufwand und Ertrag gucken, schon länger etablierte Redaktionen durchaus das eine oder andere von Stuggi TV lernen können. Und als Kunde, für den Stuggi TV immer wieder produziert, gefällt mir die Zuverlässigkeit, mit der bei Stuggi TV gearbeitet wird. Vielen Dank. Und auch einige Stars gratulieren Stuggi TV zum fünften Geburtstag. Hey Stuggi TV, alles Liebe zum Geburtstag. Fünf Jahre, da geht's ja bald in den Kindergarten. Ach nee, ist ja schon fast Schulpflicht. Krass, also alles Liebe von Bosted, ciao. Stuggi TV, Gimme Five, alles Gute zum fünften Geburtstag. Sportlich bleiben, viel Spaß. Und ich wünsche dem Sender alles, alles Gute zum Fünfjährigen bestehen und hoffe, dass es nochmal fünf Jahre werden und dann nochmal zehn und nochmal zwanzig. Ihr macht einen ganz tollen Job, macht weiter so. Alles Gute, viel Glück, Gesundheit und bis demnächst. Guten Tag, ich bin Thomas D. von den Fantastischen Vier und ihr seid fünf Jahre alt geworden. Und dazu gratulieren wir, also ich, also stellvertretend für alle. Seit dem 1. Januar 2016 gehört Stuggi TV übrigens zur Stuttgarter Jugendhausgesellschaft. Unser Geschäftsführer Sikhard Kelle gratuliert der Redaktion. Wer kennt Stuggi TV nicht, wer verfolgt es nicht? Ich glaube, viele junge Menschen in dieser Stadt freuen sich immer, wenn Stuggi TV eine neue Sendung fertig hat und die präsentiert. Fünf Jahre Stuggi TV. Danke für eure Treue. Untertitelung des ZDF für funk, 2017